Ja, hallo und herzlich willkommen. Das ist ein Carlisleister. Wir betrachten hier Carl in the Media. Wie der hier spielt. Ähm, ja, ich hab jetzt nicht den ganzen Grund aufgenommen, weil ich äh, auch schon mal beginnt gespielt habe. Hab ich verloren. Bin irgendwo anders reingejoint. Das, was schon gelaufen ist das Spiel. Und dann sei ich auf einmal der Carl in the Media. Und ja, hier ist er. Vollhäuserrüstung, Steinschwert. Wie kann man, was kann man besser haben? Oder wie kann man besser machen oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, der macht hier mit dieser Swiss Team. Hier war gerade eine Megaschlacht. Ich weiß selber nicht warum. Äh, doch. Ich weiß warum. Weil es zu weit wie es ist. Ja, okay. Ähm, und ja, wir brauchen wir einfach mal weiter. Es leben noch... Nicht so viele Leute. Sieben Leute. Ja, ja. Ich vermiete nur noch 5 Leute. Ja, ja. Ähm. Ähm. Auf jeden Fall. Der macht hier gerade nicht viel. Er angelt bestimmt seine Levelanzahl. Damit er verzaubern kann später. Ist natürlich sehr schlau eigentlich von ihm. Hm. Jetzt kommt einer von hinten. Und Kalmiger macht den Tod, glaub ich. Schlägt den Tod. Und die lassen ihn wegschwimmen. Naja, was soll's. Aber er wird sie bestimmt noch angehalten. Aber ganz ehrlich. Hattet ihr schon mal eine Eisenbürste mit einem Dierschwert? Schaut's doch mal in die Kommentare. Also ich, von mir aus, hatte ich das noch nie. Vielleicht volle Eisenbürste mit Steinschwert, aber... oder Eisenschwert, aber nicht mit Dierschwert. Ja. Jetzt was ich ehrlich nicht gesehen. Es ist ja ziemlich schwer. Dierschwert verzaubert plus Eisenbürste. Besser geht's eigentlich nicht. Aber... die Gestalt steht auch okay, ne? Ich wette mal, dass Kalmiger Finale gewinnt wird. Ein feiner sagt man nicht gewinnt wird. Auf jeden Fall, glaub ich. Raussagen, da hat einer auch eine Eisenbürste mit Klostierschwert. Das ist natürlich was anderes. Was anderes. Wieso schießt die Kalmiger nicht mit Bogen an? Das weiß man nicht. Ja. Auf jeden Fall. Guck mal, der geht einfach nicht weg. Der will immer anseifen. Der geht einfach nicht weg. Der lässt die einfach nicht in Ruhe. Der geht einfach nicht weg. Aber jetzt ist er tot. Endlich ist er tot. Ähm... Ja. So. Ah, vollen Sechmeld beginnt hier schon. Ja. Ziemlich gut ein Bild für die. Geile Wüst ist es sich noch aus hier. Oh, dieses Wüst, die hat auch einen Stein schon im Volleisen. Oh, das ist ein geiles Finale. Noch 30 Sekunden. Oh, ja, ich hab jetzt eigentlich nicht viel zu sagen. Weil wir einfach bis zum Deathmatch haben. Und dann sehen wir mal, wer gewinnt. Wer verliert. Ja. Ich war auch oft im Final Deathmatch. Aber hab nicht, also... Nicht so ganz oft gewonnen. Oh. Zwei gegen zwei Team, glaub ich. Also sind zwei Teams, glaub ich. Ja, auf jeden Fall. Schlecht. Ah, der will Kadel angreifen. Der will Kadel angreifen. Der will Kadel angreifen. Aber die haben... Guckt ihm euch... Guckt dieses Team euch mal an. Jetzt mal ehrlich. Eiserrüstung und Steinschwert. Ach du Scheiße. Die haben gar keine Chance. Jetzt mal ehrlich. Und tot. Und jetzt machen die Ende. Und jetzt machen die Ende. Ah, sorry. Meine Maus, bitte gleich. Wieso? Ey, Kadel denkt, er gewinnt so gegen ihn. Kadel denkst du das wirklich? Haha. Mal sehen, mal sehen. Wer weiß, wer weiß. So. Zwei gegen. Wer wird gewinnen? Wer wird verlieren? Das ist die große Frage. Und... Ähm. Sorry. Oh, ihr habt es nicht geschafft. Okay. Somit ist die Aufnahme beendet. Bis zum nächsten... Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Es wird hoffentlich ein nächstes Mal kommen. Ja. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eins, zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020